was geht ab liebe leute und damit herzlich willkommen zurück zu overwatch overwatch wir spielen jetzt einer hat schon hanzo dann spielen wir mal tracer ja stand eigentlich vor hanzo zu spielen weil der typ cool aussieht und interessant klingt mal gucken was die so kann ja alles klar so dreieck ist wirft eine mächtige haftbombe l1 kurzer teleport in bewegungsrichtung r1 ist eine kurze zeitreise die stand- und trefferpunkte zurücksetzt und r2 ist angreifer in 30 sekunden erwartet alter geil geil du kannst sie mehrfach hintereinander ersetzen ich glaube soweit ich gelesen habe ist auch die beta mit vollem umfang draußen oder als schon der volle umfang vom spiel war kann so viele maps hier zocken man kann alle charaktere anzocken also lasst euch das auf jeden fall nicht entgegen spielt das mir auch wenigstens an und dann entscheidet ob ihr euch das holt oder halt nicht aber bisher scheint mir das echt eine coole alternative mal zu sein multiplayer mäßig für die konsolen so geil dass man sich auch zur seite teleportieren kann ok kann man das nicht irgendwie umgehen oder so das war ja jetzt nicht mein bester auftritt wir dürfen nicht was kriegt denn hier so ok nick so lass mal versuchen wir irgendwie zu umgehen oder so so ein shit obwohl kann man hier durch nehmen kann man nicht da war einer ich wollte trotzdem sagen ich hab da einen gehört ich wollte trotzdem sagen ich hab da einen gehört ja jaja was geht oh alter also ich würde hier jetzt aktuell würde ich hier eher auf 1 stern einschätzen Die ist echt sehr leicht zu zocken, finde ich. Kommt der? Die Stunde hat geschlagen. Nein! Ah, Mist, Alter. Schade. McCree. Boah. Geiler Typ. Wie, das war es schon? Hä, wie schnell geht denn die Runde vorbei? Was ist das denn? Das ist ja richtig kacke. Na gut, dann spielen wir auf jeden Fall noch ein Rücken. Also 5 Minuten Video drehe ich euch jetzt nicht unbedingt an. So, Leute. Okay, jetzt noch mal ein Match mit Tracer. Boah, was geht mit der ab? Die will jetzt richtig aufkommen, wie ich es wissen. Alles klar. Direkt zerstört, die alte. Kann man die irgendwie umgehen? Ne. Hier so außen lang? Ich glaube, da kommt einer. Sehr schön. Kann man hier nicht um? Ich bin doch, kann man. Oh, scheiße. Oh, scheiße, 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 scheiße. Hey. Wir haben den so. Ah. Was man so alles kriegt. Hey. Boah. Geh doch. Scharfschätze. Komm rein. Nein. Ja. Mann, der oben hat mich echt direkt gesehen, oder? Wo war der Typ? Hä? Hat er irgendwie eine Mine gelegt, oder was? Wartet auf mich. Ich beanspruche den Punkt. So. Moment. Ich muss kurz hier nebenbei. Das ist unfassbar. Scheiß Handy, Mann. Sorry. Das ist so dumm, Alter. So, jetzt. Scheiße, ja. Ich bin dabei, ich bin dabei. Ich bin dabei, ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich will ja nicht sagen, dass es gut von mir forciert worden ist, dass wir das eingenommen haben, aber es ist so. Oh, der hat mich gesehen, glaube ich. Na, wo bist du? Oh, scheiße hat er mich weggesniped, kackst du auf. Pflaumengesicht, du. Ja, mit mir ist wieder zu rechnen. Wow, sie sagt das tatsächlich. Ach komm, laber mich nicht voll. Nice. Meine Bombe natürlich, meine Haftkanate natürlich so ein bisschen verschwindet an einem Lappen. Hier oben ist noch einer, ich höre dich doch. Ich kümmere mich um den Punkt. Ach, das bleibt keiner als Muncho. Nice, 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 nice Leute, das machen wir. Yeah. Gewonnen. Schön, eine Niederlage, ein Sieg. Passt doch. Tracer macht echt Bock. Aber ich würde die nicht bei zwei Sternen einstufen, die ist echt nicht so schwer zu zocken. Nice, alter hat er die weggesendet. Oh, schönes Ding. Nice. Kriegs auf jeden Fall ein Gefällt mir. Das war seine Aktion und hat uns den Sieg gebracht. Episch. 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 Gut. Stuhlfunk. Eine Lootbox, geil. Können wir noch mal kurz rausgehen, Alter. Gehen wir noch mal kurz raus, öffnen die Box. Und dann verabschiede ich mich von euch, Leute. Was tat denn hier? Nice. Gut, Leute, das war Tracer. Ja, wie gesagt, finde ich persönlich jetzt nicht zwei Sternen mäßig, sondern auch eher eins. Schwer ist er jetzt nicht. Oh, äh, ist sie nicht zu spielen. Aber mir gefällt die. Ist echt cool. Ist echt cool. Ist eine ganz coole Klasse, denke ich, um so ein bisschen Trouble zu machen. Vorne in den Reihen und dann schnell wieder raus zu dashen. Ja, ist ganz nice. Macht auf jeden Fall Laune. Gut, Leute, wenn es euch die Laune gemacht hat, lasst auf jeden Fall gerne eine Bewertung dafür. Das Video, wenn ihr Tipps und Tricks habt für die Klasse, lasst sie auch gerne in den Kommentaren da. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Denn ich habe auf jeden Fall Bock noch Hanzo zu spielen. Mal gucken. Also, haut rein. Tschüss.